werte party people sonntagnachmittag 17 uhr 20 ein klein moment haben wir zeit eigentlich ist es auch nicht also vom original standpunkt aus her ist es jetzt auch glaube ich nicht mehr so weit wir sind jetzt hier schon in der kanalisation im original kommt dann jetzt eigentlich der übergang von polizeistation durch die kanalisation in die forschungsanlage da ist dann jetzt immer im vergleich nicht so viel zu machen gewesen schauen wir mal also bin mir ziemlich sicher dass turm und springer an derselben wand sind läufer und dame nicht nebeneinander dame um turm liegen sich gegenüber turm und springer an einer wand oder ist das ein läufer das ist ein läufer wir nehmen erstmal hier alle raum aber es fehlt ja auch irgendwie noch einer sind ja sechs solche dinger und wir haben es fehlen sogar zwei turm und springer an derselben wand aber es fehlen ja doch zwei wir haben zwei figuren das kann ja gar nicht funktionieren hier ging es ja zu der bahn ich war ja nicht betreten können weil wir weil sie ja sie hat ja dieses id armband ich fühle mich nicht ich fühle mich nicht ich fühle mich verlaufen ich fühle mich nicht ich hoffe ich muss ich fühle mich nicht die f Electrikt wir müssen Entschuldigung! Ah, steht sogar drauf! Zwei links, zwölf rechts... Ist da wohl eine Figur drin? Oh nein... Ah, dann gehen wir mal hin... Shit! So, da konnte man dann das Gitter runter... Was ist gewesen? Das haben wir schon mit dem... Ich glaube, es sind da... Ah, ich bin nicht mehr sicher. Das war ja gestern schon spät. Der hatte ein bisschen los. Intus. Ach, hier jetzt wieder das Ding. Bzw. hier brauchen wir wieder das Ding. Aber da war ja noch nie. Stattdorf, der Zwingt noch gar nicht mehr als erstes. Der Zwingt noch wögel sich beim Helscho. Der Zwingt noch das Ding! Oh, ja, bin überhaupt nicht mehr! Aber ich habe alles da. Oh nein... Schlüssel für, keine Ahnung was. Karnisationsschlüssel mit zwei Schachfiguren. Ja, hier ist das Ding kaputt. Nichts geht. Was ist das? Oh mein Gott, das wird schlimmer. Das ist das Ding kaputt. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Das war's für heute. Das ist doch ein Witz. Ich bin doch da überhaupt nicht gewesen. Ich bin doch ein Witz. 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 Sie will es doch auch. Ich werde dich hier verlassen. Und wenn du hier erschritzt, was hast du Hilfe? Ich werde dir gerne. Ich werde dich nicht erzählen. Ich werde das durchführen. Und ich möchte dich wiedersehen. Ich habe viel, muss ich leben. Soll ich mich. Jetzt am Nest... Geh. Bitte, wir haben nicht viel Zeit. Ihr braucht das. Okay. Leon. Ich bin auf dich. Ich weiß. Okay. Oh. Hm. Dem Schlüssel. Gucken, ob wir die nochmal brauchen. Gucken, ob wir die nochmal brauchen. Oh. Hm-hm. Das ist so schön. Ich habe mir einen Black Mesa gesehen. schlaffraumprotokoll die ist also noch da schlaff 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 Ist doch noch irgendetwas? Ach, da vorne ist auch eine Door. Ja, da vorne ist es. Das war's für heute. 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 Oh, okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.